Nachdenkseiten Die kritische Website Teslas Cybertruck Ein Auto wie gemacht für unsere Zeit Eine Glosse von Jens Berger Ist es nicht fantastisch? Künftig können wohl situierte Helikoptermütter ihre Kinder Nicht nur sicher, sondern auch klimaneutral zum Yoga-Unterricht bringen Der Dank dafür gebührt Elon Musk Der multimilliardenschwere 1000 Sasser Bringt nun mit seinem Teslas Cybertruck Endlich einen Pickup auf den Markt Auf den unsere Gesellschaft nur gewartet hat Es gibt kein anderes Auto Das den Zustand unserer westlichen Zivilisation So gut widerspiegelt Wie das martialische Elektromobil aus Austin, Texas Schönheit liegt bekanntlich immer im Auge des Betrachters Ist Teslas Cybertruck schön? Fest steht, dass er mit seinem futuristisch-dystopischen Design polarisiert Und genau darum geht es doch im Luxussegment Man will sich abheben, man will auffallen Und wie kann man heutzutage besser auffallen Als mit einem kantigen 3 Tonnen Edelstahlkeil Der in 2,6 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt Und sich schon optisch wohltun Von dem gefällig braben politisch korrekten Wir haben uns alle lieb schnick schnack abhebt Der Cybertruck sendet eine Botschaft aus Die grundehrlich ist Und den Individualismus auf die Spitze treibt Ihr geht mir am Arsch vorbei Die Gesellschaft geht mir am Arsch vorbei Soll die Welt um uns herum doch in Flammen aufgehen Bei der Vorstellung des Cybertrucks Beschrieb Elon Musk das Konzept dieses Autos mit klaren Worten Dieser Wagen sei das Richtige für alle Die von den Endzeitstimmungs-Vibes getrieben sind Das hätte er nicht extra erwähnen müssen Wo andere Autos Sicherheitsfahrgastzellen, Stoßstangen und Knautschzonen haben Um beim Crashtest ihre 5 Sterne zu bekommen Hat der Cybertruck ein Exoskelett aus ultrahartem Edelstein Ein Produkt übrigens, das Musk's Raumfahrtunternehmen SpaceX Eigentlich für wiederverwertbare Raketen entwickelt hat Dieser Stahl sei, so Musk wörtlich, so hart Dass man die Karosserie-Teile nicht pressen könne Davon würde das Presswerk zerbrechen Im Imagefilm belegt Tesla die Vorzüge dieses Materials Indem man das Auto mit diversen automatischen Waffen beschießen lässt Der Kugelsichere Panzer für die Apokalypse Schon heute auf unseren Straßen Ist das nicht toll? Fußgänger, Radfahrer und Normalsterbliche in ihren Blechautos werden das anders sehen Bei einem starren, ultraharten Exoskelett liegen die strukturell tragenden Teile nun mal außen Und dieses Design erlaubt keine Knautschzonen Und so richtig übersichtlich ist es für den Fahrer auch nicht Bei einer der ersten Testfahrten mit dem Cybertruck Fuhr Elon Musk persönlich erstmal einen Poller in Kleinkindgröße um Sowas kann schon mal passieren Wäre der Poller wirklich ein Kleinkind gewesen Wären dessen Überlebenschancen wohl marginal Aber was soll's? Sicherheit ist unserer Gesellschaft nun mal allen voran die eigene Sicherheit Wen interessieren da schon Kleinkinder oder andere Verkehrsteilnehmer? If you are ever in an argument with another car, you will win Wenn du mal einen Streit mit einem anderen Auto hast, wirst du daraus als Sieger hervorgehen So Musk bei der Cybertruck-Präsentation Und das kann man sicher wörtlich nehmen Bei einem Crash mit einem Cybertruck wird die gesamte genetische Aufprallenergie vom Unfallgegner absorbiert Aber was interessieren uns heute schon die anderen? Wichtig ist, dass wir der Sieger sind Der Cybertruck ist ein Auto von Siegern für Sieger Was will man mehr? Ich will nicht verschweigen, dass mir einige Stellen von Musks Sicherheitskonzept noch unklar sind Wird er nun den Feuerwehren spezielle Hochleistungsschneider verkaufen? Mit einer herkömmlichen Schere und einem Spreizer wird man die Insassen eines verunglückten Cybertrucks sicher nicht aus der ultraharten Edelstahlkarosse schneiden können Ich bin auch kein Physiker, aber so wie ich den Energieerhaltungssatz verstehe könnte die fehlende Knautschzone gerade bei einem Aufprall auf ein starkes Hindernis wie einen Baum oder eine Mauer auch für die Insassen des Cybertrucks ein nicht gerade erfreulicher Nachteil sein Aber who cares? Wer denkt bei der Apokalypse schon an solche Feinheiten? Es leben die Endzeit-Vibes Und überhaupt, wir reden hier schließlich von einem rein elektrisch angetriebenen, also guten Auto Dafür gibt es auch Steuerzuschüsse, bezahlt vom normalen Volk auf das man nun noch schöner herabschauen kann Und am besten schaut man ja immer noch mit gutem Gewissen herab Bei einem Elektroauto kauft man dieses gute Gewissen gleich mit Und die kohärenten Kacker, die nun mit so etwas wie einem CO2-Fußabdruck kommen und auf den irren Ressourceneinsatz, der beim Bau eines mehr als 3 Tonnen schweren Edelstahl-Pickups nun mal nötig ist, verweisen, sind ja letztlich nur Neider Als Besitzer eines Teslas signalisiert man Mir ist die Zukunft meiner Kinder wichtig Okay, das gilt nicht für die Zukunft eurer Kinder, die bei den 17 Zoll Bodenabstand des Cybertrucks bei einem Zusammenstoß unter die ultra-harte Edelstahlkarosse gezogen werden Aber wer sagt denn, dass das Leben leicht wäre? So geht Evolution, meine lieben Versager Der einzige Wermutstropfen ist, dass die europäische Bürokratie den Kauf des Cybertrucks hierzulande erschweren wird Klar, der Cybertruck ist die Zukunft und unser Regelkorsett ist die Vergangenheit Dass Teslas neuer Geniestreich nie einen Crash-Test unter EU-Norm bestehen würde und auch ansonsten nach europäischen Gesetzen niemals zulassungsfähig wäre versteht sich bei so einem innovativen Produkt von selbst Aber zum Glück regelt sowas ja der Markt und es gibt ja zahlreiche Dienstleister, die sich darauf spezialisiert haben nicht zulassungsfähige Fahrzeuge in Europa doch zuzulassen Wohl situierte Helikoptermütter können also aufatmen Es dauert nicht mehr lang, dann können sie ihre Kinder nicht nur sicher, sondern auch klimaneutral zum Yoga-Unterricht bringen Wenn das keine gute Nachricht ist, weiß ich auch nicht mehr weiter Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte Die gute Nachricht Wir freuen uns über 200资 Rand Warum tun Sie einfach das anderen Sämre Wir freuen uns über Wir sind auch Power und weekly nach und觸섯 Wir werdením-Unterricht